Willkommen zu meinem Video! Ähm... Ich glaube wir haben das gelesen, oder? Ähm... ja wir bleiben in Kontakt, das haben wir gelesen, ja genau. Und betrachten wir das schöne Bild... Das ist aber schön angenehm, wie die ausgesehen da. Alter, Mann! Faxen die herzlichen! Ja, ging sehr! Und... Ja, jetzt gehen wir da runter, oder? Also wo jetzt durch? Da! Ja, da durch! Da ist für unten wer mit! Eine kleine Minecraft-Strecke... Dann... Bin zu puff! Alter, Mann! Der Schreikkernrer mit dem Hauer... Oh... cool! Dann los geht die Party... Hu-hu! Redstone Redstone.. Redstone Redstone Redstone... Redstone Redstone Redstone... Redstone... Redstone Redstone Redstone... Redstone 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 Re کا部分... Redstone Redstone Red St propre Aidschid... RedStone Red стоит Red Red... 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 Red sorta... Red... Red... Red ich dachte dass sie ist da sind M1 6 wenn mich verarschen das war zu einfach doch doch ist es am Anfang war zu einfach doch so ist es am Anfang Ake Checkpoint Juhu nicht von der so guten Abend Joach stricken und wieder dort nach Rio kommt können so richtig überstehen man am 8 4 Brein 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 Jo wir bleiben Sieg nach fackeln von M1 6 ich sollte ihn folgen ihr folgen macht die Ehe der ist gar alt so gar nicht ist darauf hast ich bringe über die Blätter wenn ich tauche zum letzten zum letzten 0 o wir sind sicher kein Noobs mann also kommen wir da drüber mann schaffen wir uns sicher ja ja komm das Schlimm ist auch nicht also geht es schwer zu springen jetzt noch nicht oh jetzt kommt noch Leid rein ein bisschen, oh es kommt natürlich nicht bei mir das passiert bei mir bei mir sehr viel oh nein es geht so drauf ja nicht einfach sagen wir so jetzt müssen wir wieder da hin ja ist echt geil gemacht mann und ich hoffe dass wir das schaffen sonst cheaten ich da muss wirklich Shift drücken jetzt haben wir die Orientierung verloren wie im Labyrinth wo wir wieder gegangen sind ich habe keinen Bock mehr gehabt ja komm meine 2 jetzt gar nicht kann ich glaube oh ich glaube wir können nicht den Kreativmodus juhu juhu dennis cheatert wieder hahaha ja dennis cheatert wieder sorry aber so ist es halt ok ich glaube darüber ja zum Glück haben wir cheatert schon müssen wir alles noch mal machen wirklich darüber mann also jetzt sind wir echt nicht chillig mann oh nein was ich bin drauf ja komm machen wir noch mal für die Zuschauer machen wir extra noch mal nein natürlich die Video machen wir ja nicht für mich sondern für euch die wo mich schauen also wo meine Let's Plays schauen und Let's Play Adventure Maps und ja richtige Fans habe ich noch nicht aber das eine hat schon gesagt dass ich meine Videos gerne hätte das das finde ich schon recht schön mir gedanken an den hab ich schon letztes Mal glaub gesagt aber mir kann es noch nicht genauen also zu wenig zu wenig kann man es nicht zeigen finde ich und das ist jetzt ein Fehler gewesen glaub ja ist es ah da oben ah geil gemacht also echt geil mann ich bin ja die Karte hat eine gute Kritik gekriegt spring mit Anlauf spring mit ein spring mit Anlauf ins Becken für viel ist es nicht sehr schön aber ich werde jetzt noch wissen was da unten dran ist wo ich vorher hätte auch können gehen dann gehen wir noch mal zuerst runter glaube da ist es gewesen nein nein weiter da oben glaube da genau da runter oh shit ja genau und ja das ist die Stand feiert oder ich empfehle sie er hat es schon falsch zu dir den Geräten ich habe zwar der Herr damit schüttel schwul den also schlecht denn meine nicht so und okay gerne wieder rufen mit cd gott doch alles uhr in garland in späcki oder 1 pk in späcki in der späcki jpp auch schick omerzen sich schafft schied zählen die rote bolle an aber aber sei klug, lauf zur Leiter oh, zünder nehmen wir beide mit können wir nehmen aber Uhr wenn es brennt, hier lang ah, alle rote Wohle, man shit ok, dann fahre ich mal dort an fang hier am besten an sicher, man also, so blöd bin ich auch nicht, man alter, das brennt sich uhrschnell oh, shit ich bin nämlich zu unnötig und tun alles aber eigentlich müsste ich glaube das gar nicht und shit das war's, gehen wir rufen, gehen wir schnell rufen ah, das können wir nicht mehr durch alter, so und jetzt brennt alles juhu sehr schön, sehr schön alter, das brennt wirklich alles scheisse, man weg hier, ah shit, alter ist es klug, sieh ja, ich hab mir erst, man oh, stimmt schon da oben bin ich geschützt spring wo ah, da, ok klappt da aber juhu äh, ein sponge yeah und dann gehen wir wieder stecken rufen schau dir dein Werk an das schifft ja in Flammen meine, meine, meine Job was meint, mein Job war getan ich wollte aber nicht zurück zum MI6 ich musste noch was erledigen Jack erzählte mir von einer Burg eines Grafen der mir Information über den Tod wenn ich kurz lagen oh, verbrennt, schön sehr schön ich vergegrafen oder meinen Verzogenen über den Tod meiner Frau geben konnte doch unser Freilnis war nicht sehr gut sagen wir dir mal so, wir hatten Probleme so, da bin ich wieder ein kurz kostet wie immer das gehört zu meinem Markenzeichen nein, ich hoffe es nicht ah, da ok, mein Handy klingelte Jack war in der Leitung er wusste, wohin ich unterwegs war er sagte mir, dass er mir ein paar Signalfacken ausgelegt hatte oh, danke, Jack, danke öh, jetzt sind sie schön wieder du, eh du hörst noch italienisch ah, italienisch tre eh quattro yeah cinque scheißschaf sei haha sete haha 8 9 10 11 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 bisschen 15 16 21 18 18 19 18 18 19 noch feind die Burg ist komplett mit Lava übergossen er muss einen eigenen Weg nehmen ja mann ey, Lava, ich hasse Lava aber ja, Lava halt macht, dass man sich anstrengt und wenn man fliegen kann, umso besser wie ich und ihr ein paar andere auch fast jeder kann fliegen jeder hat fast den Motten oh, Chillic bis jetzt Chillic, Chillic aber ja, es ändert sich sicher noch, wie ich den kennen ja, schon der erste Sprung, wo der Sack schwer ist, Mann ah, geschafft ja, da muss man wirklich überall Shift drücken hat er schwer gemacht das weiss ich auch, erst seit einer Woche, dass man Shift überhaupt, das ist jetzt viel von mehr gewesen da hinten geht es so weiter und ja, ihr merkt vielleicht immer, dass es nach 10 Minuten 21 oder nach 10 Minuten immer einen kleinen Stopp geht und dann geht es weiter ja, das ist so, ja, ich habe noch gesagt, dass ich nur 10 Minuten aufnehmen kann und dann tue ich halt nochmal 10 Minuten aufnehmen und dann gibt es eine kleine ja, Sekunde, wo ich nicht aufnehmen kann also der Teil gehe mir allein und der sieht es ein bisschen schwul aus aber ich kann es halt nicht beheben wenn es euch stört, schreibt mir in den Kommentar und ihr werdet es besser machen oder sogar nur noch 10 Minuten wie das machen ich bin in den Kerkern gelandet die Zellengenossen sehen nicht gerade nett aus aber ich muss hier durch zum Grafen nein ja ja, oh kack, ich will keiner brennen der Knopf, mit dem ich alle Zellen öffne ich muss nach ganz hinten, doch die Leute hier wirken nicht nett ja, darf man das eigentlich auf Peace verspielen das sieht nicht so aus ah, ich muss einfach durch den Rennen ok, dann machen wir da ihm das gefallen dann gehen wir auf Easy nein, ja, auf Easy sorry, und dann gehen wir mal drühen Manni, sorry, Mann so, ah, jetzt da, so äh, geiler Helm geile Schuhe und geile Hose die Mantelonisiere, Schwert natürlich auch Golden Apple nehme ich auch alles und Schwert können wir sie auch mehr braunen so dann würde ich sagen boah jetzt hat er schnupfen, Alter stehen wir auf Easy und dann kommen sie die ersten Monstros raus dann würde ich sagen, machen wir doch schnell, ne aber jetzt sind wir jetzt rausgekommen und da sind die Zombies schon oh, kack, Alter juhu juhu ala, ala, scheiss, scheiss, scheiss alter, Mann na, die kommen hin ich hatte es geschafft nun muss ich in den Grafen scheiss, Alter das ist ja nur Zombie ok, das geht ja noch ok, das geht ja noch Manni joo, war ein Geil, so Presse-Play-Dish geschafft, nun muss ich den Grafen einen Besuch abstatten, schätze mal abstatten Grafen einen abstatten einen abstatten ja, ok ich habe auch einen Fail geschrieben, aber ja, ist nicht so schlimm ah, Zombie fuck, ist er gescheit alter Manni, warum ist das schon gescheit ich habe sehr erwartet, dass er bis da raufgekommen ich war in den Zwischenräumen, der Mauer gefangen oh, ne, sehen wir auch nicht der Turm steht, sieht aus, als könnte man dort hochklettern ich gehe noch mal da rauf und, da ist gerade nichts ich schätze jetzt mal nicht ne ahem ne, sieht nicht so aus ne gehen wir wieder rein dann gehen wir noch mal da hoch, verlangt es glaube ich auch ja, verlangt es glaube ich auch oh Manni, das ist so mies gemacht es ist mies gemacht, Mann so ja ich weiß schon, wie man mit denen umgeht ich weiß schon, wie man mit denen umgeht ich hasse Zün juhu, Kraft, Kraft, Kraft das Haus ist Grafens, ich Grafens, ich muss irgendwie reinkommen juhu, juhu 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 Geronimo juhu adoy juhu juhu Walp juhu shit, eine Falle ich muss einen Weg hier rausfinden der Graf wusste, dass ich komme dieses Feigling muss noch in der Nähe sein ab oh ne wah shit Huren zum nam shit fuck 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 fucking Fricka Ah fuck Ah, jetzt habe ich geschweinchen, Mann So freilich, bitte wieder Tue kurz schlafen Schlafen Ja, geil gemacht, Mann Hast du extra gemacht? Ich glaube schon Mann, nein